ja moin leute zu dem finalen turnier infos und zwar es wird ein 4 gegen 4 gespielt und nicht ein fünf mann team also ein vier mann team das ist die erste änderung zweitens es wird best of five gespielt das heißt dass die was zuerst drei runden gewinnt kommt weiter oder hat gewonnen die 20 euro pro gewinner von dem gewinnerteam bleiben stehen und was ganz wichtig ist schreibt in den kommentaren mein team name heiße kartoffel und dann vier klassischen network namen drunter und das müsste bis zum 31 12 2017 gemacht haben und alle die die bis da dann drunter stehen werden herangenommen so es war's dem video und ich wünsche dann viel glück für das turnier und auch fürs gewinnspiel